Ich frage jetzt, ob wir jetzt halt wirklich einigermaßen gut da reinkommen. Gut, wir sehen dich dann dort. Ich schaufe vor. Was für dich, Clem? Ich bin ziemlich sicher, dass ich noch ein paar Freunde in der Neue Frontier habe. Wenn sie wissen, wo AJ ist, wird sie mir sagen. Als ich ihn finde, nehme ich das Auto und komme aus hier raus. Well, du bist ein Auto. Ich traue ihm nicht. Ich traue ihm nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich falsch. Vielleicht ist er nicht der Mann, ich glaube, er ist. Ich sehe dich, wenn ich dich sehe. Dann gehen wir mal. Oh, schleichende in dem Fall. Pägt ja niemanden auf. Ich frage mich ja auch, ist wirklich jeder, der halt hier anwesend ist, tatsächlich... Weißt du, was scheitert bei den Leuten hier? Weißt du, was ich spielst du, was für Baltimore? Das Javier Garcia? Das ist der Mann, der wir suchen? Ja, das Javier Garcia. Okay. Ich frage mich. Da wird schon auf solchen Zielen. Wir nehmen das Fenster. Strom, das wäre zu nah gewesen. Ich habe es noch nicht. Find out. So, erzähl sie, wir müssen uns zu gehen, Kate. Du hast es geschafft. Ich werde dich hier treffen. Harvey! Wir glaubten, dass du... Ich war... super Angst. Aber... viel. Sie sind okay? Sie haben dich nicht geholfen, oder? Nein, wir sind gut. Sie sagten, dass du dich nicht geholfen hast. Das ist wahr. Wir sind auf dem Zeitpunkt. Die Leute, die hier leben, sind nicht wahr. Wir müssen gehen. Wo ist mein Vater? Er kommt? Es geht nicht. Wir gehen mit ihm. Entschuldigung? David hat eine Haus in der Stadt. Er denkt, dass wir da gut sind. Dann gehen wir. Wait, Harvey? Während du weg warst, diese Frau, Joan, kam bei. Ich fühlte mich, als sie mich aufzumachen. Es war schrecklich. Sie bezeichnete, dass David in Probleme war. Er war nicht mehr in der Hand. Sie sagte, Gabe und ich mussten keine Angst haben, aber... es hat mich nur mehr Angst gemacht. Ich hatte ein schlechtes Gefühl von ihr. Das war die Stadt, hinter David. Sie ist auf der Seite. Sie ist auf der Strecke. Was bedeutet das? Die Leute, die dich schraubt, antworten sie. Sie hat eine andere Strecke. Wir haben alles diese Sachen von Prescott. Sie war hinter Prescott? Sie ist auf der Seite? Sie ist auf der Seite. Javi? Ich weiß, du wolltest es hier versuchen. Aber das ist nicht unser Kampf. Wir haben bereits Mari verloren, wegen diesen Menschen. Jetzt ist das ganze Ort, um eine Kriegszone zu werden. Was? Meine Sicherheit ist das Einzige, was zählt. Was bedeutet das? Das Einzige, was ich interessiere, ist, dich sicher zu halten. Dann wisst ihr, dass wir nicht involviert werden können. Was ist passiert? Tripp sagte, dass wir ihn zu Davids Haus gehen mussten. Wir machen das nicht. Wir kommen den Scheiß aus Richmond, bevor es zu spät ist. Gehen raus? Du solltest gar nicht sitzen. Was? Was ist mein Vater? Wir können ihn einfach nicht verlassen. Gabe, wir wissen nicht mehr, wer er ist. Wir müssen weggehen, bevor er uns alle getötet wird. Aber... Er wird nicht wissen, wo wir sind. Wieder! Ich kann nicht zurückgehen, wie es vorher war. Ich bin sorry. Ich bin sorry, Gabe. Ich bin sorry, Gabe. Aber wir müssen weggehen. Wenn wir weggehen, muss ich ein paar Sachen für die Straße bekommen. Alle meine Sachen in der Raum gegeben haben. Ich komme mit dir. Wir sehen uns mit euch zusammen. Das klingt gut. Gabe, komm, Hilfe. Ich habe es. Komm schon, Junge. Ich gehe nicht, Javi. Was? Ich werde meinen Vater finden. Ich muss es. Ich bin sorry. Bitte tu das nicht. Gabe. Bitte das nicht. Ich bin sorry. Ich liebe dich, Javi. Aber das ist etwas, was ich tun muss. Gabe. Nein. Kate. Nein. Bitte, Gabe. Bitte. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein könnte. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein wollte. Bis ich dich und deine Freundin kennengelernt habe. Ich bedanke mich. Ich mache dich nicht. Es ist mein Vater, Kate. Ich kann ihn wieder nicht verlieren. Und ich kann dich nicht verlieren. Ich akzeptiere seine Entscheidung. Kate, komm mal. Wir müssen seine Entscheidung respektieren. Ich kann nicht. Schau mich, Gabe. Bitte. Es ist sein Vater, Kate. Es ist das, was er will. Und das ist, was du willst. Und das ist, was du willst. Was... ...Wie willst. Wir sind so nahe in den letzten paar Jahren. Ich... Ich... Ich dachte, Gabe würde mit uns bleiben. Ich sah ihn wirklich als mein Kind. Ich glaube, er fühlte sich nicht der gleiche. Es ist Zeit, ihm zu vertrauen. Er ist schnell, Gabe. Wir müssen ihm vertrauen, dass es richtig ist. Ich weiß. Ich weiß. Es ist einfach schwer zu sagen. Es ist einfach schwer zu sagen. Ich würde es da halten, Leute. Und ich würde mich erklären, euch selbst zu erklären. Ich würde schnell, schnell, schnell und klar reden. Wir wollten gerade gehen. Wir waren gerade auf unserer Weg raus. Das ist er, oder? Der Bruder? Ich dachte so. Bring ihn in. Nichts da! Nicht, wenn ich es nicht verhindern kann. Kate! Run! Oh man. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man. Ich weiß nicht, was das ist. Du hast viel zu antworten. Ich? Du musst schreien. Was ist das? Sie wollten, ihn und seine Frau Freundin zu verlassen. Zuerst? Ich fragte dich, Kate und Gabe sicher zu holen. Nicht schrauben und zu rennen. Wollte ich mich wirklich zu holen? Wenn ich dich am meisten brauchte? Richmond ist nicht sicher. Es ist kein Ort für eine verletzte Frau und ein Mann. Du verdienst keinen Respekt. Du verdienst keinen Respekt. Nicht nach dem, was du gemacht hast. Was ist das? Was ist das alles? Was ist das alles? Sie hat sich ordentlichen Raids auf Gemeinschaftsverläuten. Senden deine Männer zu murderern und looten. Raid? Joan. Ist das wahr? Ha! Er schreit die Finger auf alle. Erst Badger, jetzt ich. Das ist eine große Herausforderung. Wenn du in die Hände gehst, besser du hast. Hier ist unsere Proof. Das Lowlife war Teil der Raids. Ich hab keine Angst vor ihr. Don't be afraid of her, Max. We've got your back. Me, Badger, and Lonnie. We ran the Ops. Off Jones' Orders. Goddammit, Max. I'm washing my hands of this man. John. How could you? The real question is, how could I not? What would happen to us without your fertilizer, Clint? Or your pills, Paul? Do you think our community would survive? I did what I had to, to ensure that we would. But it wasn't easy. So you survived. But at what cost? Do you even know how much suffering you've caused? I've no doubt it's less than I've prevented. I've no doubt it's less than I've prevented. All of you remember the winter. How much we lost. Friends. Lovers. Children. Children. I made a promise. I would never let that happen again. The raids were just to keep us going till Richmond reached sustainability. We're so close. So close to our dream. Do we really want to risk it all by fighting amongst ourselves? We should all be on the same side of this, David. On Richmond's side. Surely you can see that. The prospering of the suffering of other people? That's no way to live. No way at all. You're damn right about that. We lost Mariana to those raids. How many others lost their kids too? I'm sorry, David. It breaks my heart about your child. It's... It's something I'm going to have to live with. Take them. What the hell? Put them in a cell until I can figure out what to do with them. Don't you fucking touch me. That's an order! They don't take orders from you anymore, David. You're done here. You put yourself before the group. You won't get away with this, Joan. All of this will come back on you eventually. Paul, come on. I'm sorry. My hands are tired. This is not over, Joan. I have friends here. Allies. I have friends here. Yeah. And so schnell landen wir wieder in einer Zelle. Is ja toll. Hast du den Wunsch deines Bruders respektiert? Du und 65% der Spieler verlangen Gerechtigkeit für den Mord an Mariana. Zu Recht. Hast du versucht, AJ zu retten? Wie fast alle anderen auch? Natürlich. Wie ist Badger gestorben? Du und 22% der Spieler ließen zu, dass Badger sich verwandelt. Die meisten haben tatsächlich seine Schäde eingeschlagen. Es gab wohl anscheinend auch die Möglichkeit, ihn schnell zu töten. Oder durch einen anderen ihn töten zu lassen. Ja. Was war das Schicksal von Max? Der Spieler brachte Max mit sich zurück. Ja. Fand ich vernünftig. Es hat zwar nichts gebracht, aber ich fand es vernünftig. Auf wessen Seite hast du ihr letzten Endes geschlagen? Wie etwas weniger die Hälfte auf Cates Seite. Was ich verwunderlich finde. Aber gut. Ich gehe mal davon aus, wenn wir uns nicht auf Cates Seite geschlagen hätten, hätte Cates sich von uns halt abgewandert und wäre halt irgendwie geflohen. Und wir wären jetzt noch mit Gabe und sowas hier irgendwie vor Ort. Gehe ich mal einfach von aus. So. Okay. Das war es dann auch schon mit den Entscheidungsübersichten. Dann können wir uns ja jetzt aufmachen zur vierten Episode von The Walking Dead – A New Fornshire. Aber das sehen wir dann halt auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Bis dann. Bis dann.